Ja, Peace Leute, um was geht ab? Peace Leute, um was geht ab? Jetzt zeig ich mich mal nicht und ja... Die McLean spielt gerade. Kann ich nicht aufnehmen. Oh ja! Boah, bist du schon so... Du musst hinten laufen, Alter. Jetzt. Und da hinten... Der juckt ihn jetzt auch nicht. Ich juckt dich sehr viel. Juckt dich. Mich juckt's ja wirklich. Mich juckt's ja hart. Juckt's ich. Ist das Fußball? Das ist Fußball. Kann ich nicht spielen. Oh mein Gott, mir liegt ich sogar... Nein, scheiße, hinter mir ist wer. Ja, jetzt hatte ich gleich. Ich geh' sterben! Magli, bitte. Nö, ich sterbe nicht, bestimmt nicht. Jetzt hast du keine Achtung. Schau, die Waffe ist jetzt ein. Du... Jetzt, jetzt kannst. Ah, nicht drücken hinten. Da musst du ziehen, du musst genauer. Nein, hinter dir. Mann, was machst du? Nicht schießen. Da, geh her. Kannst du das? Nein, da hatte ich jetzt, jetzt. Schau, schau. Was machst du? Ja, ja, jetzt. Schieß, 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 schieß. Schieß, schieß. Schieß, schieß. Dann haben wir sie... Warte, warte. Da hatte ich gleich auch. Ja, du hast den Fass. Geil. Muss ich laufen jetzt? Wenn's rot ist, sollte... Nein, warte. Ja, genau. Jetzt. Bam, bam, bam. Scheiß, das heißt nichts mehr. Bah! Fuck! Mann! Was war das? Was war das? Okay, wir spielen... Ich spiel jetzt nochmal und vielleicht versuche ich's jetzt besser zu machen. Genau, wir sehen uns gleich wieder. Und dann spielt sie nochmal. Maclean, du müsstest. Ja, hallo, Leute, zurück. Wir sind jetzt hier und ich weiß leider nicht, was das ist. Wir sind jetzt hier und ich weiß leider nicht, was das ist. Hallo, Leute, zurück, ja. Äh, ich bin schon zehnfach besser als Maclean, ja? Ich? Ja, ich bin schon länger. Ja, ich bin schon länger. Ich weiß. Ein Hacker bin ich trotzdem nicht. Oder ein Gamer. Ein Profi. Ich wurde schon mal gehackt. Wirklich? Ja, auf TikTok. Guck nicht so. Hey, wer ist da sein Vater unten vorher? Was guckst du vor gestern ist Gummistück? Ich sag da immer. Ja, ich weiß. Voila, what the fuck? Wer ist denn das? Das ist gewunken, yeah. Du belästig. Warte. Nein, das ist noch nichts. Warte. Das ist Feuer, mal schau. Die machen nur Denze. Warte. Egal, ich verpiss mich da war. So. So, Leute, wir sehen uns gleich wieder, es dauert uns ein bisschen zu lang. Wann darf ich springen? Hä? Jetzt. Wir sehen uns, wir sehen uns gleich wieder. Wo ist meine Platte? Wenn sie... Wo muss ich denn hinlanden? Schrei nicht so bitte. Ach so, da? Ja. Irgendwo im Weißen. Wir sehen uns gleich wieder, Leute, wenn sie dann... Da ist Schnee. Äh, ja, halt. Unten ist halt angekommen. Ist sie aus meinem Team, oder was? Tu ihn schnell, da! Ja! Tu ihn hacken, hacken! Was bin ich für ein Hornochse? Ja, genau. Immer bewegen. Tu ihn schnell! Mann, scheiße! Mann, scheiße! Was machst du? Ich komm nicht mal durch die Tür! Hallo! Warte mal ein kleines. Jetzt bleib doch mal da, du Hornochse. Hallo! Na, geht das nicht? Na, warte. Nein, ich glaub, der ist aus meinem Team. Ja, ich glaub schon... Nein, ich glaub nicht, warte. Der ist aus meinem Team. Warte. Ja, genau. Der hat einen Punkt um. Der macht doch nichts. Ja, danke. Ich bin dir die ganze Zeit hinterher dran. Ich hab dich reingelegt. Was war da oben? Wäääh! Was war denn das? Auf der Nase war was von Magdalena. Von... Von... Wie heißt der? Pumig? Pickel. Nein. Pimogl. Oder wie heißt der? Was? Du hast die ganz lange in die Nase bekommen. Puppel! Nicht Puppel! Du frisst einen Puppel, weil... Mh... Geschmackig. Nein! Ja, hatte ich schon. Nein, Magdalena! Ja, aber du hast... Okay, wir spielen nicht. Nein! Nein! Für eine Anfängerin warst du schon gut. Na gut, Leute. Ich würd sagen, das war's mit dem Video. Ich will trotzdem nochmal spielen. Ja, ich kann's nicht nochmal spielen. Leute, das war's mit dem Video. Haut rein und tschüss! Das war's! Das war's mit dem Video!